Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Lektion zur Geschichte der Mathematik. Worum geht es heute inhaltlich? Ich möchte Ihnen als Exkurs zu unserem ersten Blog, den frühen Hochkulturen, in dieser Lektion etwas über Ethnomathematik erzählen. Was man unter Ethnomathematik versteht, wird die erste Frage sein, die wir klären sollten. Vorab reicht es wohl zu sagen, dass Ethnomathematik zwar bis in die frühesten vorschriftlichen Kulturen zurückreicht, aber eben nicht auf diese historische Periode und noch nicht mal auf das Altertum beschränkt ist. Deswegen ist das Ganze ja auch als Exkurs bezeichnet. Ich erlaube mir eben auch schon, in jüngere zeitgeschichtliche Epochen hereinzuschauen. Dass es sich dann nur um Einblicke handeln kann, liegt an der großen Breite ethnomathematischer Fragestellung, die man in so einem kurzen Video in keiner Weise systematisch abdecken könnte. Nach dieser Begriffsklärung geht es dann mit einem der frühesten Zeugnisse mathematischer beziehungsweise protomathematischer Betätigung los, dem schon in der Vorbesprechung angesprochenen Ischango-Knochen. Während wir uns in der ersten und zweiten Lektion bereits Zahlzeichensysteme aus Mesopotamien und Ägypten angesehen haben, soll es dann als zweites inhaltliches Thema um gesprochene und um gestikulierte Zahlen gehen. Einerseits aus Zentralafrika, andererseits aus dem Gebiet von Papua-Neuguinea und Ozeanien. Das Thema Zahlzeichensystem wird dann noch einmal unmittelbar aufgegriffen, indem wir uns mit den Zahldarstellungen bei den Maya und den Inka beschäftigen, also zwei Kulturen des präkolumbianischen Amerika. Den Abschluss bilden dann Ausführungen zu Mustern und Algorithmen in kulturellen Praktiken der Chokbe, einem Bantu-Stamm und den Tamilen, einer ethnischen Gruppe aus Südindien, also aus ganz verschiedenen Regionen der Welt, die aber eben erstaunliche Parallelen aufweisen. Was kann man denn nun aber unter Ethnomathematik verstehen? Die Vorsilbe ethno meint altgriechisch fremdes Volk. In erster Nährung ist Ethnomathematik also die Mathematik fremder Völker. Ethnomathematik wendet sich gegen folgende Wahrnehmung. Es gibt nur die eine, wahre, meist auch reine oder pure Mathematik, deren Geschichtsschreibung faktisch erst in Griechenland beginnt. Alles davor ist maximal rechnen. Diese Mathematik schlummert dann quasi während des sogenannten finsteren Mittelalters, bevor sie dann in der Renaissance in Europa wiederentdeckt und bis zur frühen Neuzeit zur Blüte entwickelt wird, bevor die europäischen Kolonialherren dann die ganze Welt mit dieser Mathematik beglücken können, auf dass sie blühen und gedeihen möge. Ethnomathematik wendet sich strikt gegen dieses Zehrbild und will ganz bewusst unterdrückte und verdrängte Mathematik ins Rampenlicht holen. Inwiefern verdrängt und unterdrückt? Ich zitiere hierzu etwas ausführlicher Ubiratan D'Ambrosio, einen der Mitbegründer des ethnomathematischen Forschungsprogramms. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts und hauptsächlich dann im Verlauf des 16. Jahrhunderts haben die europäischen Nationen, allen voran Spanien und Portugal, später gefolgt von den Niederlanden, England und Frankreich fast alle Territorien unseres Planeten erobert und Kolonien überall in der Welt eingerichtet. Unter dem Kolonialregime wurden die lokalen Produktions- und Handelsmittel nach europäischem Vorbild ausgerichtet. Gleichzeitig wurden die intellektuellen Leistungen der unterworfenen Völker in der Regel missachtet, häufig sogar mit Gewalt unterdrückt. So sind deren traditionelle Methoden des Messens, der Organisation und der Quantifizierung von Mengen mehr oder minder vollständig verschwunden, ebenso wie die Sprachen, die Religionen, die Medizin und viele andere Kulturtechniken. Ethnomathematik versteht sich nun als emanzipatives Programm in der Geschichte und Philosophie der Mathematik mit fachdidaktischen Implikationen. Emanzipativ vor allem auch in dem Sinne, dass nicht-europäische Traditionen ernst genommen wertgeschätzt werden und Menschen außerhalb Europas sie nicht nur als Teil der Kultur ihrer Eroberer sehen können, sondern als tief in der eigenen Kultur verwurzelt, was dann auch Konsequenzen für Unterricht hat, also auch ein fachdidaktisches Anliegen betrifft. Für Ethnomathematik ist mit Gerdes gesagt zunächst einmal kennzeichnend, dass sie dabei ein weites Verständnis von Mathematik hat. Mit Ellen Bishop können zählen, lokalisieren, messen, entwerfen und erklären, ebenso wie spielen als kulturelle Basisaktivitäten gelten. Diese Aktivitäten finden sich in nahezu allen Zeiten und Kulturen und mit ihnen sind Fragestellungen verbunden, die wir aus unserer heutigen Sicht als mehr oder weniger ausdrücklich mathematisch empfinden. Die Ethnomathematik interessiert sich dann zweitens dafür, wie und warum es in verschiedenen Kulturen zur Entwicklung von Aktivitäten gekommen ist, die wir heute als mehr oder minder mathematisch empfinden oder anders. Sie interessiert sich für soziokulturelle Faktoren, die die Entwicklung von Mathematik beeinflussen. Auch dafür, wie solche Faktoren das Unterrichten und das Lernen von Mathematik beeinflussen beziehungsweise beeinflusst haben. Für Ethnomathematikerinnen und Ethnomathematiker ist Mathematik daher immer ein kulturelles Produkt, das unter bestimmten ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen entstanden und auch nur unter diesen verstanden werden kann. Manchmal wird von konservativen Kritikern eingewendet, Ethnomathematik sei deshalb Spinnerei. Der Satz von Pythagoras gelte schließlich überall gleich und zwei plus zwei sei eben vier. Daran ändert doch die Kultur nichts. Das ist ein Missverständnis von Ethnomathematik. Es wird in der Ethnomathematik gar nicht beschritten, dass Mathematik universal in dem Sinne ist, dass sie in allen möglichen Kulturen entsteht oder entstehen kann. Wohl aber ist das, was als Mathematik, als echte Mathematik zählt, durchaus kulturell beeinflusst. Viele Universitätsmathematikerinnen und Mathematiker rümpfen etwa die Nase, wenn sie Schulmathematik sehen. Das sei ja gar keine echte Mathematik. Auch hier haben wir es mit spezifischen Mathematiken von zwei Subkulturen zu tun, nämlich der Universität und der Schule. Ethnomathematik interessiert sich dabei besonders für solche Subkulturen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen. Etwa für Straßenkinder in Brasilien, die nicht lesen und schreiben und im Sinne der Schulmathematik auch nicht gut rechnen können, in deren alltäglichen Handlungsroutinen sich dann aber teilweise erstaunliche, kontextgebundene Rechenfertigkeiten zeigen. Genauer gesagt lassen sich drei Forschungsschwerpunkte der Ethnomathematik benennen. Erstens die Mathematik in traditionellen, nicht selten schriftlosen Kulturen, zum Teil der isoliert und autark lebenden Ethnien und Völker, etwa in Südamerika oder Zentralafrika. Hier sind vor allem anthropologische Ansätze gefragt und für die Geschichte der Mathematik sind diese Informationen eher indirekt von Interesse, insofern man Analogieschlüsse zu Zeiten anstellen kann, in denen diese Lebensweisen noch sehr viel weiter verbreitet waren. Ausdrücklich historisch ist die Forschung zur Geschichte der Mathematik in nicht westlichen Gesellschaften, also etwa in den Ländern des Islam, denen wir in dieser Vorlesung einen breiten Raum geben werden. Es geht aber etwa auch um die Geschichte der Mathematik, bei denen durch die Kolonialisierung untergegangenen, man sagt wahrscheinlich besser vernichteten Völker in Mittelamerika. Schließlich verbleibt als dritter Zweig die Untersuchung der oft in andere kulturelle Praktiken eingefrorene spezifische Mathematik von Subkulturen, wobei hier insbesondere an solche gesellschaftliche Gruppen gedacht ist, welche sich eben nicht professionell mit formalisierter Mathematik im westlichen Sinne beschäftigen. Das soll uns zur Begriffsbestimmung dann erst einmal genügen. Im zweiten Teil wird es mit einem der ältesten mathematikbezogenen Artefakte weitergehen, dem Ischango-Knochen. Wenn Sie noch etwas mehr zum didaktischen und emanzipatorischen Anspruch der Ethnomathematik erfahren möchten, unter diesem Video finden Sie in der Lektion auch noch ein Video von Ubi Ratan Dambosios Vortrag, From Mathematics Education and Society to Mathematics Education and a Sustainable Civilization. Das war der Eröffnungsvortrag bei der achten Mathematics Education and Society Conference 2018 an der Universität in Portland. Und so ist die allgemeinen Umstände zulassen, wird übrigens die elfte Mathematics Education and Society Conference dann vom 24. bis 29. September 2021 an der Universität Klagenfurt stattfinden.